Ungemütliche Zeiten für die Wollnys. Kalanta Wollny ist zurück und hat eine Rechnung mit ihrer Familie offen. Nun macht sie ihre Drohung wahr und veröffentlicht interner. Eine Reihe von Fragerunden im Netz sorgt in Wollny-Kreisen aktuell für Aufruhr. Kalanta Wollny, um die es jahrelang still gewesen war, packt nun über verschiedenste Dinge aus. Zunächst hatte sie bei ihrem Instagram-Comeback Ende 2023 verraten, sie habe unter Depressionen gelitten und sich daher so lange nicht mehr bei ihren Fans gemeldet. Dann verriet sie, ihre Tochter Kataleja Wollny bereits seit 2021 nicht mehr zu Gesicht bekommen zu haben. Das liege an verschiedenen Faktoren, unter anderem daran, dass ihr ein Treffen mit ihrem Kind nie angeboten worden sei. Zudem sei ihre Familie in die Türkei gezogen, ohne dies mit ihr abzusprechen. Den Kontakt zu Püppi erschwere das natürlich ungemein. Unklar ist zudem, ob Kalanta Wollny mit einem zweiten Instagram-Profil einen neueren Schnappschuss ihrer Mutter Silvia Wollny kommentierte, dass diese anlässlich des neuen Jahres veröffentlicht hatte. Vor rund einer Woche war das Bild, das Silvia beim Kuscheln mit Enkelin Kataleja zeigt, auf Wollny Silvia online gegangen. Einige Tage nach der Veröffentlichung kommentierte dann jemand mit dem Profil Kalanta Wollny folgendes darunter. Heißt der Account Silvia Wollny oder Kataleja Wollny? Also ich meine nur, es gibt mehr Fotos von dem Kind auf dieser Seite als von Silvia. Ob diese Kritik wirklich von Kalanta Wollny stammt, ist allerdings unklar. Fans wiesen schnell darauf hin, dass es sich dabei um ein Fake-Profil der 23-Jährigen handele. Das ist durchaus denkbar, immerhin agiert die, die Wollnys, Aussteigerin aktuell mit dem, ebenfalls unbestätigten, Profil, Kalanta Wollny 26. Die Wollnys, kritisierte Kevin Haupt Kalanta Wollny auf eigene Faust oder in Silvia Wollnys Namen. So oder so dürfte Silvia Wollny langsam nervös werden, auch, wenn sie sich noch immer nicht zu Kalanta und ihren Aussagen geäußert hat. Die 58-Jährige hatte vor ein paar Wochen lediglich verkündet, der Kontakt zu ihrer abtrünnigen Tochter sei seit kurzem gänzlich eingestellt. Kevin Haupt, bester Freund von Sarafina Wollny und Peter Wollny und enger Vertrauter von Silvia, schien sich jedenfalls zu einer Stellungnahme im Namen der Wollnys berufen zu fühlen, immerhin seien diese seine Familie. Auf Instagram warf er Kalanta vor, Lügen zu verbreiten und ihre Mutter unter Druck setzen zu wollen. Eine Behauptung brachte Kalanta, die später in ihrer Story erbost auf Hauptstatement reagiert hatte, jedoch besonders auf die Palme. Auf einmal Bilder posten und sich jahrelang nicht melden? Nicht mal fragen. Wie geht's, meiner, Tochter? So der Florist. Noch am selben Tag hatte Kalanta daher damit gedroht, private Chats und Memos zu leaken. Dann haltet ihr alle euer Maul, so die 23-Jährige Wutentbrannt. Kalanta Wollny macht Drohung wahr. Das hat sie nun wahrgemacht. Um zu beweisen, dass sie sehr wohl versucht hatte, am Leben ihrer Tochter teilzuhaben, veröffentlichte Kalanta Wollny am Dienstag, 9. Januar, den Screenshot einer WhatsApp-Unterhaltung mit ihrer Mutter, zumindest augenscheinlich. Denn der Kontakt ist in ihrem Handy unter «Mum» eingespeichert, das Profilbild zeigt Silvia Wollny. Neben einer 27-sekündigen Sprachnachricht, die Kalanta Wollny ihrer Mutter geschickt hatte, zeigt der Chat eine Unterhaltung vom 16. November. «Guten Morgen! Wie geht es Püppi?» hakt Kalanta um 10.54 Uhr bei Silvia nach. Um 20.27 schiebt sie ein «Alles gut?» nach. 19 Minuten später die Antwort «Hey, alles gut? Sind nur alle erkältet und wie geht's dir?» »Na super! Dann mal gute Besserung!« entgegnet Kalanta und schickt bzw. schreibt noch etwas anderes, das auf dem Screenshot allerdings unkenntlich gemacht wurde. Dann endet die Unterhaltung. Kalanta Wollny veröffentlicht private WhatsApp-Nachricht mit Silvia Wollny. Am Folgetag markierte Kalanta Wollny dann ihre 27-sekündige Sprachnachricht und reagierte darauf. Was sie schrieb, ist nicht ersichtlich, genauso wenig wie, ob Silvia Wollny ihr antwortete. So viel zum Thema, ich hätte nicht einmal gefragt, wie es Püppi geht. Ich habe oft gefragt, aber nur allgemeine Antworten bekommen, verteidigt sich Kalanta Wollny unter dem Beweisfoto. Silvia Wollny hat noch nicht darauf reagiert, will sich weiterhin entschweigen.